Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video Leute, ich wollte euch vorab heute nochmal sagen, heute wird es eine kleine Runde Masters Builders geben und ich stream ab sofort immer auf Twitch. Also schaut gerne mal in dem Link unten in der Videobeschreibung vorbei und folgt mir dort. Guter Lund, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Masters Builders und zwar spielen wir heute, wie gesagt, Masters Builders und zwar auf dem Hypixel Server Leute, weil Hypixel ist ja dafür bekannt, dass hier nicht wirklich allzu gute Builders sind und ich habe jetzt mal ein paar Runden gespielt und ich kann euch nur sagen, es bestätigt sich. Und wir haben als Thema Panda Leute, ich würde sagen, wir bauen einfach mal einen Panda, der Bambus frisst, okay. Leute, ich bin jetzt gerade erstmal mit dem Bein fertig und es ist fast schon die Hälfte der Zeit gegangen, also jetzt muss ich mich wirklich ranhalten. Leute, ich bin, guckt euch das mal, das ist noch kein Panda und von hinten ist der so übelst flach. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt wirklich noch ein bisschen ranhalten. Ich baue jetzt erstmal den Kopf, würde ich sagen, weil das ist somit der wichtigste Bestandteil eigentlich und deswegen machen wir den jetzt erstmal fertig. Der ist ja auch recht symmetrisch, muss man sagen, der Kopf von so einem Panda, von dem her wird das, denke ich mal, schon gut klappen. Leute, das ist kein Panda. Also ich muss ja sagen, wenn es um Tiere waren oder sowas geht, bin ich absolut draus. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Wir haben jetzt noch 40 Sekunden. Ich baue jetzt noch ein bisschen den Hinterrumpf weiter, mit der wenigstens einigermaßen so 3D aussieht, aber das könnte auch ein bisschen kritisch noch werden, denke ich mal. Ja, ja, gut, so ist okay. Dann brauche ich auch noch ein bisschen was hinten rum. Ja, ein bisschen irgendwie so. Ja, dass er hier auch noch was hat. Es sieht nach meiner Meinung, sieht das echt nicht aus wie ein Panda. Leute, ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gemacht habe heute. Also wenn ich damit so auf den dritten oder vierten Platz komme, bin ich schon froh. Aber wenn ich es überhaupt schaffe, in den Top 3 zu kommen, Digga, das wäre es ja. Aber wir werden trotzdem streng. Ja, da muss ich wieder sagen, das ist wieder typischer Pixel mit Wolle gebaut und schön 5 Minuten Zeit, Digga. Und dann kommt so eine Kacke bei raus. Eigentlich wollte ich noch bauen, dass es halt so ein Bambus ist. Ja gut, Digga, dagegen habe ich schon verloren. Das ist halt echt nicht schlecht. Aber das Teil ist schon wieder mit Wolle gebaut, was mir auch nicht gefällt. Deswegen kriegt ihr halt nur Kacke. Ja. Ich verstehe, die haben das alle ein bisschen kleiner gebaut und haben gebaut, dass der Bambus auch geht. Okay, es ist keine schlechte Idee, aber für 5 Minuten finde ich das ein bisschen, naja. Ja, egal, wie soll ich dazu groß sagen. Ist gut gelungen, aber wird halt mit Wolle gebaut. Ich würde mir wünschen, dass bei sowas wirklich nicht Wolle genommen wird, sondern einfach Quarz und andere Blöcke, die halt besser da zu passen, nach meiner Ansicht. Na gut, der ist gar nicht so schlecht. Das gebe ich auch noch, okay. Also in der Grunde sind gar keine so schlechten Bauen. Digga, das ist doch, das ist doch, Leute, das ist eher eine Katze, oder? Das ist, das ist doch kein, das ist doch eher eine Katze. Seh, ja, das ist eher eine Katze. Und wie ist das hier? Oh, das ist auch kein Panda, Junge. Ja, gebe ich, gebe ich Kacke, ne. Kannst du vergessen. Der, ja. Ne, dazu muss ich, glaube ich, nicht mehr allzu viel sagen, oder? Was bauen denn die Leute in 5 Minuten? Okay, der hat sich ein bisschen überschätzt mit der Zeit, so wie es aussieht. Uff, der hat es aber gut bekommen. Aber, ja, Pixel hat halt wieder, ja. Muss man echt sagen. Ah, jetzt kommt ein meiner hier. Mal sehen, was so die Leute in der Hand haben. Mhm, mhm. Ja, ja. Aber die meisten so mit okay. So, was ist das? Ja, also dagegen ist ja mein Panda-Legende. Also wirklich, dagegen ist ja. Kein Wunder. Ich bin auf dem 8. Platz gelandet. Auf dem 8. Platz. Ihr habt gesehen, was da dran war, Leute. Ich bin auf dem 8. Platz. Ja, das war klar, dass der gewinnt. Das ist auch gut, keine Frage. Aber ich bin auf dem 8. Platz gelandet. Vor noch richtig bescheuerten anderen Dingen. Na gut, Leute. Wenn euch diese kleine Folge gefallen hat, könnt ihr gerne mal abonnieren und liken lassen. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.